Ich und mein Staat Das Thema Steuern heute Und andere unter Zwang und Gewaltandrohung gezahlte Leistungen Ja, die Serie heißt ja Ich und mein Staat, also habe ich bei mir wieder angefangen und habe mir mal meine Gehaltsabrechnung geholt und mal geguckt, was da so draufsteht Da ist erstmal, dass ich ein Tabellenentgelt bekomme Dann gibt es eine Kinderzulage von meine zwei Kinder Dann gibt es einen Zuschuss zur Krankenversicherung Zuschuss zur Pflegeversicherung Das macht zusammen 4.500 und ein paar zerquetschte Euros Das muss ich mir erstmal auf der Zunge zergehen lassen 4.500 Euro Boah, das ist eine Menge Geld Das waren früher 9.000 Mark So viel ist meinem Arbeitgeber das wert, dass ich für ihn arbeite Ich muss öfter mal meine Gehaltsabrechnung angucken Aber gut, es geht jetzt nicht nur um mich Das sind also meine 100% 4.500 und ein paar zerquetschte Jetzt kommen die Abzüge Da haben wir eine Lohnsteuer Solidaritätszuschlag Rentenversicherungsbeitrag Arbeitslosenversicherung Und Krankenversicherung Das wird also abgezogen Dann habe ich übrig 2.800 und ein paar zerquetschte Das sind 62,6% von dem, was ich am Anfang hatte Das heißt, man hat mir 37,4% weggenommen Ohne dass ich was dagegen machen kann Das ist ja nicht, ich bin ja jetzt nicht Ich habe jetzt hier keine privaten Angelegenheiten, sondern das ist alles, muss ich alles machen Ja, 97,4% Jetzt gucken wir uns mal die einzelnen Posten genauer an Also Lohnsteuer Gut, das ist ja klar Da war ich ja schon in der Schule für Das habe ich verstanden Also Der Staat hat ja bestimmte Aufgaben Welche waren es nochmal? Die wichtigsten sind Er schützt uns gegen böse Menschen von außen Also wir haben ein Militär, wir haben eine Luftwaffe, wir haben eine Marine Dann schützt er uns, wenn böse Menschen im Inland uns Probleme machen Wir haben Polizei dafür Wir haben Gerichte, wir haben Gefängnisse Und Wo habe ich das alles gelernt? In der Schule Also die Bildung der Kinder wird auch vom Staat organisiert Und dann gibt es natürlich Infrastruktur Also Straßen und Brücken, die muss auch gebaut werden Und erhalten werden Dafür muss auch Geld da sein, ist klar Und um die Armen wollen wir uns auch kümmern Die sollen ja nicht irgendwie faulen in den Straßen liegen Also gibt es auch Sozialhilfe Und dafür muss auch bezahlt werden, ist ganz klar Deswegen muss man natürlich was dafür zahlen Ja Jetzt habe ich so gedacht Ja, wie viel ist denn dann Wie viel muss man eigentlich so abgeben Um diese Gemeinschaftsaufgaben so zu erledigen Habe ich so gedacht Zehn Prozent wäre für mich ganz gut Ein Zehnt gab es früher mal als Steuer Das war schon ganz schön viel, fand ich Ein Zehnt Also auf jeden Fall nicht so etwas Kleines Schon eine ganze Menge Und dann habe ich ausgerechnet, was ich zahle Das sind zwölf Prozent Da war ich jetzt nicht so richtig begeistert Aber dann habe ich mir überlegt Ich bin doch eigentlich der absolute Glückspilz des Steuersystems Weil ich habe zwei Kinder Ich bin verheiratet Ich bin Alleinverdiener Ich habe einen riesen Freibetrag Für den ich überhaupt keine Steuern zahle Und erst dann später wird der Betrag dann Also der Steuersatz Irgendwas über 20 Prozent So dass ich auf zwölf Prozent Steuern komme Andere Leute Also wenn du jetzt vielleicht nicht verheiratet bist Keine Kinder hast Und verdienst genauso viel wie ich Dann Also verdienst natürlich mehr Aber wenn du so viel kriegst wie ich Dann Musst du 25 Prozent oder sowas zahlen Ein Viertel Oder Geld Geht weg An den Start Wow Wow Das ist viel Gut Das ist viel Also Ist so ein Phantomjäger Eine Milliarde kostet glaube ich Schon teuer Ja Gut Also das wäre das zu der Lohnsteuer Das ist irgendwie Scheinbar notwendig Und Man muss da ganz eine Menge für zahlen Jetzt geht es weiter Jetzt kommen wir hier Rentenversicherung Ist auch nochmal ein ordentlicher Betrag Solidaritätszuschlag Lasse ich jetzt mal weg Rentenversicherung Ordentlicher Betrag Das klingt ja wie Versicherung Jetzt Was ist denn eine Versicherung Eine Versicherung ist Ich zahle einen Beitrag Weil ich Für ein Risiko Was mir irgendwann passiert Vielleicht Eine gesicherte Zahlung haben Dann gebe ich einen Beitrag An die Versicherung Die hebt das schön auf Sorgt Kümmert sich darum Und sagt Wir haben das so ausgerechnet Dass der Beitrag so ist Dass wir Die Schadensfälle Also wenn wir zahlen müssen Dass das so hinkommt Wenn wir gut gerechnet haben Bleibt was übrig für uns Aber wir heben das mal schön auf Und wenn du das brauchst Nachher So wie es im Vertrag steht Dann kriegst du das auch Das ist eigentlich eine Versicherung So läuft das mit meiner Autoversicherung Aber bei der Rentenversicherung Ist das gar nicht so Haben die das Geld aufgehoben Was ich einzahle Damit ich später bei der Rente Mein Geld kriege Das ist nicht so Das Geld was ich jetzt einzahle In der Rentenversicherung Das geht an die Leute Die jetzt Rente kriegen Und das Versprechen Der Versicherung Die Versicherung Der Rentenversicherung Ist Wir werden in der Lage sein Wenn du In 20 Jahren oder so In Rente bist Den Leuten Die dann arbeiten So viel Geld abzunehmen Dass du Auch in Rente gehen kannst Hm Das ist ein ziemlich Blödes Versprechen Ich will nicht Dass im Annahmen Irgendlichen Leuten Geld abgenommen wird Mit Gewalt Und ich weiß auch nicht Können die das dann vielleicht noch Vielleicht geht das dann gar nicht mehr Vielleicht ist das Geld gar nicht mehr da Vielleicht arbeitet niemand Ich weiß ja nicht wie das ist Also Das hängt schon von ganz Vielen Situationen ab Und das sind nicht dieselben Leute Und nicht dieselbe Firma Sondern das sind irgendwie andere Leute Und vielleicht ändern die dann das Gesetz Also das ist Das ist eigentlich überhaupt keine Versicherung Das ist eine Das ist eine Unverschämtheit Ich will jetzt gar nicht Über Inflation reden So Also das ist das System Eine Rentenversicherung Die ich einzahlen muss Und dasselbe System Ist natürlich bei der Arbeitslosenversicherung Die Leute die jetzt arbeiten Also ich Zahlen Die Arbeitslosenversicherung ein Und das wird sofort ausgegeben An die Leute Die jetzt das Geld auch noch brauchen Weil sie nicht Arbeit haben Und aber irgendwie Ansprüche haben Und wenn ich dann mal vielleicht Arbeitslos werde Dann kriege ich von den Leuten Die dann Arbeit haben Geld Zwangsweise abgenommen Und Je nachdem wie viel Dann Leute arbeiten Je nachdem wie viele Leute Arbeitslos sind Je nachdem wie die Wirtschaftslage ist Je nachdem ob die Regierung Vielleicht gerade mit einer Schuldenkrise Zu kämpfen hat Gibt es dann mehr oder weniger Da werden die Regeln Einfach immer ständig geändert Normalerweise Wenn die Versicherung Die Leistungen ändert Die Beiträge erhöht Oder die Leistungen kürzen Habe ich ein Kündigungsrecht Gar nicht Ich muss das einfach so hin Selbe Problem habe ich Bei der Krankenversicherung Die nimmt ja tatsächlich Beiträge Und hebt die auf Versucht diesen ganzen medizinischen Kram Damit zu bezahlen Das ist ja wenigstens noch Sowas wie eine Versicherung Aber ich muss da auch Mitglied sein Die meisten müssen das Es gibt ein paar Ausnahmen Aber die meisten müssen das ja Und wieso rege ich mich Jetzt eigentlich dadurch auf Dass man da Mitglied sein muss Nun habe ich in einem Interview von Steve Jobs Gehört Was der zu Monopolen sagt Es ist nämlich ein Monopol Wenn ich da Mitglied sein muss Und nicht raus kann Ich muss da kaufen Und nirgendwo anders Da gab es in USA früher Eine staatliche Telefongesellschaft So wie bei uns Und da gab es einen Spottaufkleber Den hat er vorgelesen Hat gesagt Das steht drauf We don't care We don't have to Ihre staatliche Telefongesellschaft Das heißt übersetzt Wir kümmern uns nicht Wir müssen das nicht Ihre staatliche Telefongesellschaft Und das ist genau der Effekt Von Monopolen Wenn man nicht muss Wenn man nicht pleite gehen kann Dann kümmert man sich weniger Und man wird weniger effizient Und man guckt nicht nach Kostenvergünstigungen Und man guckt nicht Dass man einen guten Kundenservice macht Das heißt die Qualität sinkt Der Leistung Und die Kosten steigen Und so ist das Bei der Rentenversicherung So ist das bei der Arbeitslosenversicherung So ist das bei der Krankenversicherung Und so ist das bei den Leistungen Die der Staat uns bringt Militär Polizei, Justiz Schule Infrastrukturmaßnahmen Und sich um die Armen kümmern Das ist teuer Und ineffizient Und Schule Ist so ätzend Meistens jedenfalls Ist das ein Grunde? Ich finde nicht Das ist das Problem mit Monopolen Was ich habe Gut Das wären jetzt die Posten Meine Gehaltsabrechnung Jetzt habe ich ja noch 62,6% Meines Gehalts übrig Jetzt gehe ich also raus Und kaufe mir was davon Mal tanke ich Mal kaufe ich mir zu essen Mal kaufe ich mir ein Buch Und was passiert Richtig geraten Ich zahle Steuern Mehrwertsteuer Mineralsteuer Im Durchschnitt 20% Meiner Ausgaben Gehen wieder an den Staat Das heißt der Staat Ist nicht zufrieden dafür Dass er 37,4% Mehr von meinem Gehalt Direkt abführen lässt Sondern er will auch noch mehr haben 20% 20% Nochmal mehr Weg Zack Von dem Geld Was mir noch übrig bleibt Und ich habe das mal reingerechnet Meine Summe 4.500 kriege ich ja Wenn man jetzt die 20% Also reinrechnet Was das noch mehr wäre Von meinem Endgehalt Noch mehr wäre Sind das 50% Die mir noch bleiben Über die ich frei verfügen kann Und die tatsächlich für Das was ich haben will Auf geht drauf gehen Ich also steuern kann Wo das hingeht Ob ich zum Laden 1 gehe Oder ob ich zum Laden 2 gehe Denn die anderen Sachen Kann ich nicht steuern Die gehen immer zum selben Laden Es gibt noch eine zweite Methode Mit der man messen kann Abschätzen kann Wie groß der Anteil des Staates An der Wirtschaft Eines Landes ist Dieser Begriff heißt Staatsquote Und die Grundlage dafür ist Erstmal das Bruttoinlandsprodukt Auch Bruttosozialprodukt genannt Und das Bruttoinlandsprodukt ist Ganz vereinfacht gesagt Die Summe aller derjenigen Waren und Dienstleistungen Die in einem Jahr in einem Land Erzeugt werden Geschaffen werden Hergestellt werden Und die Staatsquote gibt an Und die Staatsquote gibt an Wie viele Waren, Dienstleistungen Wertvolle Dinge Der Staat In diesem Land In dem Jahr Geschaffen hat Oder für wie viele Ausgabenkosten Er kauft ja auch Dinge Für wie viel Davon der Staat zuständig ist Die Staatsquote In der Bundesrepublik Deutschland Ist 46 Prozent In Schweden ist sie über 60 Prozent Es gibt kaum Länder In den entwickelten Ländern Die eine Staatsquote Von unter 40 Prozent haben Das heißt Wir kommen auch hier Ungefähr auf 50 Prozent 46 Prozent Nicht ganz Und das alles Das heißt All diese 50 Prozent unserer Wirtschaft Hat mit Gewalt zu tun Sie wird entweder Von Geld bezahlt Steuergeldern Die mit Gewalt Oder Gewaltandrohung Abgenommen werden Oder Sie hat zu tun Mit einer Leistung Bei der Der Käufer Oder der Verkäufer Nicht die Wahl hat Das zu machen Was er möchte Sondern gezwungen ist Das so zu machen Deswegen diese Monopole Würde ich sprachen Und Das bedeutet ja Dass 50 Prozent unserer Wirtschaft Systematisch Ineffizient sein müssen Wegen der Monopolstellung Des Staates Wenn man sich jetzt mal vorstellt Was all diese Leistungen Die ich aufgezählt habe Welche waren es noch mal Sicherheit Außen und Innen Bildung für die Kinder Und für die Studenten Und das Bauen von Infrastrukturmaßnahmen Und das Kümmern um die Armen Wenn das alles sehr viel Effizienter gemacht werden könnte Was wäre das für eine Welt Würde das 50 Prozent An der Nationalwirtschaft Gebrauchen Ich glaube nicht Jetzt sind es 10 Prozent Vielleicht 5 oder 20 Das wäre auf jeden Fall Deutlich weniger als 50 Prozent Und wie viele Ressourcen Würden frei werden Wie viel Wohlstand Wie viel Arbeitsleistung Würde frei werden Um sich um viel sinnvollere Dinge Zu kümmern Als irgendwelchen Bürokraten Die eigentlich überflüssig sind Ihr Gehalt zu bezahlen Und wie viele Ressourcen Und wie viele Ressourcen